1.000 Euro passive Einnahmen durch Hörbücher, die du verkaufst auf Audible, iTunes und Amazon. Wie genau das Ganze funktioniert, das werde ich dir hier in den nächsten 5 Minuten einmal erklären. Ich selber habe über 100 Hörbücher bei Audible veröffentlicht. Ich habe über eine Viertelmillion Hörbücher verkauft und damit in der Spitze monatlich um die 15.000 Euro damit eingenommen. Und in diesem Video hier erkläre ich dir jetzt einmal so die größten und wichtigsten Dinge, auf die du achten musst, damit du, naja, da auch hinkommst, aber vor allem jetzt halt mal so auf diese 1.000 Euro Marke rankommst. Wichtige Information vorab, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du diese 1.000 Euro mit nur einem Hörbuch erreichst, ist nicht unmöglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ja, weil damit ein Hörbuch dir 1.000 Euro im Monat rumbringt, muss es schon echt ein sehr, sehr gutes Buch sein. Sehr guter Rang, supergeile Bewertungen, total hörbuchtauglich. Das heißt, Leute kaufen das auch und hören das beim Sport, im Auto, beim Putzen, bei allem im Endeffekt, sodass das einfach eine extrem krasse Hörbuchtauglichkeit hat. Das heißt, mein erster Tipp direkt, mach mal mindestens fünf Hörbücher. Ja, fünf gute Hörbücher im Royalty Share, also mit Anteilen, die du hier entsprechend einmal auf Audible und Co. veröffentlichst. Wir reden hier von Büchern, die wenigstens mal einen fünfstelligen Verkaufsrang haben, den man auch bei Amazon dann eben einsehen kann, wie das Ganze genau funktioniert, was man mit den Werten anstellt, erklären wir natürlich in unserer Sprecherausbildung. Und du solltest natürlich auch eine sehr gute Qualität haben, mit der du das Ganze einsprichst, um das dann auch auf Audible und Co. zu befördern. Weil auch Audible ist die Qualität sehr, sehr wichtig und das ist auch gut so. Aber wir erreichen die halt auch mit dem, was wir eben erklären in unserer Ausbildung, extrem gut. So, jetzt hast du fünf Hörbücher gemacht. Würde jetzt jedes dieser Hörbücher mindestens mal 200 Euro rumbringen, kann sein, muss es aber nicht. Ja, es kann natürlich auch sein, dass ein Hörbuch dir drei, vier, fünfhundert Euro rumbringt, die anderen dann jeweils nur 100, 150. Ist immer ganz, ganz unterschiedlich, weil du kannst es ja vorher nicht vorhersagen mit einer Zauberkugel, wie viel bringt dieses Hörbuch jetzt rum. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wie gesagt, an der Stelle nochmal, ist wirklich diese Diversifikation. Das heißt, mach so viele Hörbücher wie möglich. Wenn du zehn Hörbücher machst, ja, und jedes bringt dir nur 100 Euro rum und 100 Euro pro Hörbuch, das kriegen auch Hörbücher hin, die sind nicht super krass. Das ist mal so ein Mindestding bei einem Buch, das läuft so, naja, ja. Wenn du ein Euro, zwei, sagen wir, du kriegst nur einen Euro Anteil, was echt wenig wäre. Das wäre wirklich, da kostet dein Buch fünf Euro oder so, du kriegst jetzt einen Euro Anteil. Das Ding muss sich dreimal am Tag verkaufen, dreimal. Ich bin einer, mein Kameramann hier ist einer. Und der Tom Rauschkolb, unser Strategieberater, der gerade eben aus der Tür ist, um Eis zu holen fürs ganze Büro, der ist auch eine Person, das sind schon drei. Wir haben Millionen Hörbuchhörer, das ist echt gar nichts. Das sind 100 Euro im Monat. Das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel. Ich habe am Tag damals zu Spitzenzeiten 500 Hörbücher verkauft, am Tag. Das ist extrem viel wiederum, ne? Für eine Person jetzt wie mich, okay? Weil ich dadurch dann natürlich auch sehr, sehr gut verdient habe. Aber nur nochmal fürs Verständnis, bei zehn Hörbüchern, die 100 Euro pro Hörbuch rumbringen, was nicht gerade krass ist, machst du 1000 Euro damit im Monat. Je mehr Hörbücher du machst, desto mehr Geld verdienst du. Ja, das heißt, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, zwei Dinge sind nur wichtig, um mindestens mal 1000 Euro zu verdienen. Oder mehr. Mach viele Bücher, so viele wie möglich. Und sorge dafür, dass sie eine gute Qualität haben. Das ist alles, was du wissen musst. Je mehr Hörbücher du machst, je besser die sind, desto mehr Geld verdienst du. Mein Appell an dich. Mach so viele Hörbücher, wie du nur kannst, im Royalty Share, so wie wir es in unserer Ausbildung erklären. Dann wirst du dein Leben maßgeblich verändern. Klingt wie eine Marketingfloskel, klingt wie so ein, ey, komm in meine Ausbildung und kauf das Coaching. Ganz ehrlich, mach, was du willst. Du bist ein freier Mensch, kannst tun lassen, was du möchtest. Wenn du aber Spaß hast am Sprechen, wenn du Spaß hast am Schauspielern auch einen gewissen Grad und wenn du Bock hast, mehr Geld zu verdienen vielleicht auch, muss ja nicht mal sein, ist ja keine Pflicht, aber wenn du das möchtest, wenn du einfach deine Zeit frei einteilen möchtest, wenn du Lust hast, einen Job zu machen, der dir richtig Spaß macht, wo du gerne aufstehst, dann ist das ein fast idiotensicherer Weg. Du musst einfach nur gut sprechen üben, bringen wir dir alles bei, üben wir mit dir. Du musst gut aufnehmen lernen, bringen wir dir alles bei. Ja, dann zeige ich dir alles komplett. Auch hier wieder idiotensicher, ja. Und du musst so viele Hörbücher machen im Royalty Share, wie es nun geht. Machst du nur ein Hörbuch im Monat, das geht schneller, aber machst du nur eins im Monat, das wäre echt wenig. Hast du zwölf im Jahr, bringt dir jedes nur 100 Euro, sind es 1200 Euro. Hast du ein bisschen bessere Bücher gemacht, 200 Euro pro Hörbuch, sind das schon fast 2500 Euro für deine Hörbücher. Klar schwankt das mal ein bisschen. Das sind mal ein paar hundert Euro mehr, mal ein paar hundert Euro weniger. Und über Jahre hinweg, also über die nächsten fünf Jahre, sinkt das auch mal ein Stückchen ab. Natürlich. Ja, das ist keine Lebensversicherung für bis ans Ende deiner Jahre. Ja, aber wenn du dafür sorgst, dass du hier wirklich regelmäßig einfach Hörbücher machst, ja, und du regelmäßig neue Hörbücher nachschäffelst, dann wirst du dir hiermit wirklich einen sehr, sehr guten Nebenverdienst mit aufbauen können. In dem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest hier einiges lernen. Wir hören uns. Bis dann. Dein Patrick.